Hallo, ich bin Marcel Wagner, Leiter von ADRA Österreich. Ich möchte euch ein schnelles Update zur Hilfe auf den Philippinen geben. Wie ihr euch vorstellen könnt, war es eine hektische Woche. Die Situation vor Ort in der Katastrophenregion ist recht chaotisch. Aber unser Team konnte dennoch schon einiges erreichen. Eine ganze Reihe von Nahrungsmittelverteilungen hat stattgefunden. Eine Wasseraufbereitungsanlage ist angelaufen. Und viele weitere Hilfsmassnahmen wurden geplant und vorbereitet, die in den kommenden Tagen und Wochen durchgeführt werden. Eure Spenden an ADRA helfen den Menschen zunächst mit Nahrung, Wasser, aber auch mit Unterkünften. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch zu danken für eure Gebete und eure Grosszügigkeit. Die Bedürfnisse vor Ort sind riesig. Wenn ihr mehr Bilder sehen möchtet, besucht unsere Webseite auf www.adra.at oder unsere Facebook-Seite. Danke nochmal und behaltet uns in euren Gebeten. Danke. 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 Danke.